Toads entspannte Drehpuzzles sind zurück. Sein Ursprung hatte das Prinzip im Jahr 2013 in Super Mario 3D World, wo man den dauergrinsenden Pilzkopf durch Bonuslevels trippeln ließ. Schön, dass Nintendo später im vollwertigen Puzzlespiel für Wii U die Mechanik verfeinerte und den nervigen Timerstrich. Auch auf der Switch bestimmt jeder sein eigenes Rätseltempo. Man lässt in Ruhe das Level rotieren, schaut in alle Ecken und wackelt dann gemütlich über die mit Fallen gespickten Plattformen. Springen kann der kleine Pilz nicht. Stattdessen muss er immer wieder Schalter umlegen, damit Brücken ausklappen, sich Plattformen absenken oder mannigfaltige Mechanismen den Weg freigeben. Ziel des Ausflugs ist wie bei Mario der Goldene Stern. Auf dem Weg können aber bis zu drei Diamanten eingesammelt werden, welche später zum Freischalten neuer Areale genutzt werden. Das sorgt nicht nur für extra Motivation, sondern verhindert auch Frust beim entspannten Entdecken. Im Ernstfall überspringt man einfach ein, zwei Levels, wenn man anderswo genügend Klunker gefunden hat. Das Coolste am Spiel ist der Drehmechanismus. Die Kamera lässt sich frei um das würfelförmige Level herum bewegen, sodass man immer wieder neue Winkel entdeckt. Dass der kleine Held nicht springen kann, kompensiert er durch andere Fähigkeiten. Er zerrt zum Beispiel wie in Super Mario Bros. 2 auf Knopfdruck Rüben aus dem Boden. Mal verwandeln sie sich in einen Superpilz, anderswo in einen der drei Edelsteine. Auch als Wurfgeschoss lässt sich das Gemüse nutzen. Nach dem Balanceakt über Holzblöcke, Metallträger oder rotierende Konstruktionen eröffnen sich immer wieder Schlupflöcher, durch die sich Diamanten, Münzhaufen oder der Goldene Stern erreichen lassen. Geschicklichkeitseinlagen sorgen dafür, dass das Entdecken hier seltener ermüdend wird als in reinen Puzzles spielen, zumal der Mix bemerkenswert gut ausbalanciert wurde. Die Rätsel gestalten sich zwar einsteigerfreundlich, die extra Herausforderungen bieten aber genügend zusätzliche Motivation. Mal muss ein geheimer Pilz gefunden, anderswo eine Mindestzahl von Münzen ergattert werden. Die Szenarien bieten ähnlich viel Abwechslung wie ein ausgewachsenes Mario Jump'n'Run. Nützlich ist auch das kurzzeitige Aufhalten der Gegner per Tippser auf den Touchscreen. Alternativ berührt man sie mit einem leuchtenden Cursor, der sich dank einer präzisen Bewegungssteuerung gut kontrollieren lässt. Schade ist, dass man nicht stufenlos zoomen darf. Die drei Stufen bieten nicht immer den perfekten Blick. Technisch liefert Nintendo auch auf der Switch nach wie vor ein ansehnliches Ergebnis ab. Hier und da wird es zwar ein wenig unscharf oder man erkennt kleine Pixeltreppchen, die gleißende Beleuchtung verleiht den Gärten und Kerkern aber eine idyllische Plastizität. Auch die knuffigen Animationen und der unbeschwerte Soundtrack passen bestens. Die Bosskämpfe, beispielsweise gegen einen Drachen, werden allerdings mehrmals recycelt. Die Flucht vor seinem feurigen Atem ist trotzdem eine unterhaltsame Abwechslung. Das gilt auch für die Minispiele, wie ein chaotisches Münzsammeln oder eine Lorenfahrt im Ego-Shooter-Stil. Neu eingebaut wurde die Möglichkeit, als zweiter Spieler mit einem Zeiger Tipps zu geben oder aufdringliche Gegner mit einer Rübenkanone aus dem Weg zu räumen. Die Geschicklichkeitspassagen werden dann um einiges einfacher, was vor allem Eltern freuen dürfte. Um einen vollwertigen Koop-Modus handelt es sich aber nicht, zumal man in dieser Variante die kleinen Joy-Con-Controller nutzen muss. Ebenfalls neu sind vier Levels, die sehr liebevoll die Stimmung von Super Mario Odyssey einfangen. Die Gerüchte über eine Erweiterung zum Jump'n'Run sind leider noch nicht wahr geworden, aber auch hier dürften Fans nostalgische Gefühle bekommen, wenn sie über bekannte Baugerüste klettern oder einen Abstecher in die Katakomben zum Kraftwerk starten. Es handelt sich praktisch um niedliche kleine Diorama-Fassungen der Originalschauplätze mit vielen geschickt verbundenen Verstecken. Schade, dass die vier gelungenen Bonus-Levels der Wii U-Fassung gestrichen wurden. Sie waren seinerzeit an Super Mario 3D World angelehnt. Ein Ärgernis für Besitzer des Wii U Originals ist zudem, dass sie noch einmal die komplette Kampagne durchspielen müssen, bevor sie endlich die neuen Bonus-Levels zu Gesicht bekommen. Und das kann sich ganz schön hinziehen, schließlich muss man erst einmal ziemlich viele Levels mit allen drei Edelsteinen abschließen, bevor man genug Schmuck fürs Freischalten des letzten Bosskampfs parat hat. Alternativ kann man sich auch die Hochzeits-Amiibos von Mario, Peach oder Bowser zulegen und die frischen Odyssey-Rätsel von Anfang an freischalten. Pay-to-Short-Card nach Nintendo-Art. Alles in allem ist Captain Toad Treasure Tracker trotzdem der ideale Titel für heiße Urlaubstage. Es gibt kaum etwas Entspannenderes, als mit Nintendos knuffigen Pilz auf Schatzsuche zu gehen und die würfelförmigen Levels in aller Ruhe um ihre Achse zu drehen, bis man auch die letzten Geheimtüren, Schalter oder Verstecke entdeckt hat. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020